PAW PATROL, PAW PATROL, die Helfer auf vier Pfoten. Was ist los, Rubble? Du siehst nicht so gut aus. Ich habe für Hans und die Brunnenranke geübt, aber ich kann meinen Text nirgendwo finden. Oh nein, aber die Aufführung ist heute. Ich muss meinen Text noch üben. Wir müssen Rubble helfen, seinen Text noch rechtzeitig aufzuspüren. Hab ich aufspüren gehört? Ich bin ganz ohr. Trucker, kannst du deine besonderen Spürenfähigkeiten nutzen, um Rubbles Text zu finden? Bin schon dabei, Ryder. In Ordnung, die Helfer auf vier Pfoten legen los. PAW PATROL, PAW PATROL, die Helfer auf vier Pfoten. Ich hebe jetzt ab. Ich brenne schon drauf. Da drüben, Leute. Ich kann da vorne etwas hören. Sieht aus wie ein paar Seiten von meinem Skript. Es hat eine Spur hinterlassen. Folgen wir der Spur, Leute. Es könnte uns zur letzten Seite des Textes führen. Die Spur, Leute. Boah, Leute. Das sieht aus, als kämen wir auf der Straße nicht weiter. Das ist eine riesen Bohnenranke. Ich höre Papier rascheln. Die letzte Seite muss ganz oben sein. Wir müssen sie irgendwie runterbekommen. Ich benutze meinen Wasserwerfer, um die Ranken zum Schwanken zu bringen. Das sollte klappen. Es scheint nicht zu funktionieren. Das Papier rührt sich nicht. Ich weiß was. Ich fliege mit meinem Helikopter hoch und schnappe mir die letzte Seite des Textes. Super Idee, Sky. Ja, ich bin der Flughund. Sieht aus, als hätten wir den letzten Akt gefunden. Haha, klasse Leistung, Sky. Es ist vollständig. Gutes Team. Und euch hätte ich das nie geschafft. Genau. Gemeinsam sind wir besser. Also, das war echt ein riesen Abenteuer. Hahaha.